Musik Hallöchen und ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Folge des SpeedDNA-Projekts Wir sind hier gerade wieder in unserem wunderschönen Keller, den wir jetzt auch mittlerweile endlich bis nach ganz unten ausgebaut haben Ich will hier gerade nochmal etwas ein bisschen verschöneren Ich glaube es sieht so ein Tickchen besser aus, weil so sieht die Leiter nicht ganz so abgehackt aus Und wir müssen auf jeden Fall mal was essen Aber was habe ich gerade frage Ich habe kein Game Sound auf den Ohren, warum habe ich kein Game Sound? Ich brauche Sound, so Ja, das hört sich schon viel besser an Ich wollte jetzt als erstes, wollte ich mir meinen Keller vielleicht etwas in die Richtung noch ausbauen Ich weiß aber auch nicht genau, ob ich das machen werde, ob ich den Keller ausbaue oder ob ich irgendwie hier dran so eine Hütte Achso, hier sind ja auch meine Kühe, ne? Darum musste ich noch denken Achso, ich werde mir dann wahrscheinlich hier irgendwie noch so eine Hütte ran setzen Hier so und da werde ich dann mein ganzes, ähm, mein ganzes Weizen anpflanzen, damit das hier nicht so rumsteht und sonst wer darüber trampelt Und deswegen habe ich mir überlegt, pflanzen wir das Weizen mal ein bisschen woanders an Erstmal haben wir hier wieder auf jeden Fall ein bisschen Weizen Das hier ist glaube ich auch okay schon So Vor allem mein komischer Schreck geht da auch die ganze Zeit rüber Und ja, es ist alles ein bisschen kompliziert So, da geht hier gerade ein Wasser rum Aber wenn's, wenn's Nacht ist, wird er auch ein paar mal rüber tapern Und ja, deswegen pflanzen wir jetzt erstmal hier nach Ich glaube, das war's jetzt auch hier Ja, so So Wie viel haben wir jetzt noch? Neun Da hinten war auch noch irgendwas, genau hier Und ich habe auch wieder ein paar Themen vorbereitet natürlich für euch, über die wir gleich reden können So, erstmal will ich hier ein bisschen nachpflanzen Die hier kriegen wir noch weg So So, dann passt das nämlich So haben wir jetzt unser Seeds komplett aufgebraucht Und haben hier jetzt ein bisschen was angepflanzt Also wir wollten unsere Kühe natürlich vermehren Ähm, wir vermehren mal vier Stück So Habe ich vier? Ja, eigentlich dürften da zwei Kinder auskommen Wir haben nämlich jetzt schon mal ein paar mehr Kühe Wir haben eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Wir haben 13 Kühe schon Das heißt, langsam läuft das bei uns Und ja, fangen wir einfach mal mit dem ersten Thema direkt an Und das ist Ich hab die 2500 Abonnenten am Wochenende erreicht Also finde ich richtig, richtig geil Endlich 2500 Abonnenten Das lief ja schon lange darauf zu Aber jetzt haben wir es endlich geschafft 2500 Abonnenten Richtig, richtig cool Und die Frage ist natürlich jetzt Mache ich ein 2500 Abonnenten Special Das muss ich aber erstmal verneinen Denn ich finde 2500 Abonnenten ist jetzt so eine Zwischenzahl Ich finde 5000, 10.000, 50.000, 100.000 Ich finde, das sind so die Zahlen, die man feiern muss Genauso wie 1000, 500, 10, 5 Also immer die Fünfer und Einsatzzahlen sozusagen Also ich finde, das sind eigentlich die einzigen Zahlen Die so wirklich feierbar sind Also wo man wirklich mal ein Special rausgeben kann oder sonst was Deswegen hab ich mir überlegt Das Special kommt erst zu 5000 Abonnenten Da möchte ich nämlich so einen kleinen Zusammenschnitt Aus allen meinen Videos machen Müsste ich noch gucken, genau wie ich das mache Das wird zu 5000 Abonnenten kommen Falls ich die jemals erreichen sollte Das steht immer außer Frage Natürlich, kann natürlich sein Dass ich die niemals erreichen werde Und deswegen sag ich das immer so Falls ich die jemals erreichen werde, werde ich sowas machen So Dann kommen wir zum nächsten Thema Also was immer das gleiche ist Ah, jetzt rede ich hier wieder Jetzt rede ich hier wieder um den heißen Brei Das nächste Thema wäre dann nämlich Was ich zu den 10.000 Abonnenten machen würde Das ist eigentlich so das gleiche Thema Und zwar bei 10.000 Abonnenten möchte ich Dann die Videos mit Facecam auf jeden Fall bringen Also ab 10.000 Abonnenten könnt ihr euch vorstellen Genau, könnt ihr euch nicht vorstellen Sondern werde ich die Abonnenten Äh, werde ich die Abonnenten genau Werde ich die Videos mit Facecam wahrscheinlich bringen Und damit werde ich euch glaube ich Einen ganz guten Wunsch erfüllen Denn ich wurde schon richtig oft gefragt Wann kommt die Facecam Mache ich jetzt auch die Videos mit Facecam Oder nur die Streams Die Streams habe ich ja auch nur einmal kurz mit Facecam gemacht Also es war jetzt gar nicht grundlegend Dass ich die jetzt immer mit Facecam machen werde Sondern es war einfach nur für den einen Tag Habe ich mir überlegt Mache ich die Facecam Mache ich die Streams mal mit Facecam Das war am Freitag Wo ich den 5 Stunden Stream gemacht habe Und da habe ich mir überlegt Ja, das können wir mal mit Facecam machen Weil da prägt sich niemand so wirklich das Gesicht ein So werde ich noch nicht im Kopf der Leute drin sein Und Ja, ich will jetzt gerne mal wissen Ob hier noch ein paar mehr Äste drin sind Aber Sieht nicht danach aus So, dann gehen wir einfach mal wieder runter So, hier sind noch ein bisschen was Ach Hier ist überall noch was zwischen Das ist so ätzend an diesen Bäumen Die großen Bäume sind richtig gut Richtig schön und gut Aber Das Ätzende an den Bäumen ist echt Das überall findest du noch ein Holzstück Was total nervig ist Da haben wir jetzt auch nochmal zwei gefunden Das ist richtig nervig So, aber ich glaube Jetzt dürfte es gewesen sein Wir haben auch richtig viel Holz daraus geholt Und ja Also zu 10.000 Abonnenten werde ich dann Mit Facecam arbeiten Und zu 5.000 Abonnenten wird das mal so ein kleineres Special Kommt Bei dem ich Einfach meine Videos so ein bisschen zusammenschneide So Ich muss erst mal überlegen Wie wir es hier genau machen Ich glaube ja Ich glaube wir setzen es direkt hier an So, wir müssen mal überlegen Wie ich das mache Einmal kurz hier gucken Ich will da nämlich auch nicht zu viel Holz verbrauchen Weil das Holz hier ist eigentlich Ziemlich wertvoll Wenn ich das so direkt roh verbrate Deswegen will ich hier ein bisschen aufpassen Wir haben jetzt schon nur 14 Stück Aber ich glaube Ah, ein länger könnte es noch sein Ein länger könnte es noch sein Und ich gucke mal was ich jetzt Nächstes aufgeschrieben habe Achso, die Streams Äh, die Streams Ich habe ja jetzt gerade zur Zeit so gemacht Dass ich jeden Ähm, fast jeden Tag streame Das werde ich jetzt erstmal anders halten Denn Jeden Tag war echt Echt ein bisschen zu viel Und vor allem Mit der Internetleitung Die ich da hatte War das echt ein bisschen anstrengend Deswegen werde ich das jetzt so machen Dass ich bis zum 12. erstmal gar nicht streame Weil ich auch zwei Klausuren vor mir habe Und das Darauf möchte ich mich ein bisschen konzentrieren Deswegen Bis zum 12. kommen erstmal keine Streams Das dürfte eigentlich ein Samstag sein Denn ab dem 12. soll eigentlich auch Laut Kabel Deutschland Unsere Internetleitung Wieder anständig sein Sodass ich vielleicht besser streamen kann Und einen besseren Ping im PvP habe Das hoffe ich Und dann wird ab dem 12. wieder gestreamt Also ich hoffe das klappt alles richtig gut Und dann müssen wir einfach mal sehen Wie das so wird So, ich muss jetzt erstmal überlegen Wie das hier so aussieht Lassen wir es so? Ich glaube ja Ich glaube ja Und auf der Seite ziehen wir Oh ne, ist das falsch Und auf der Seite ziehen wir es nochmal genauso lang Das ist dann nur für außen Sieht das dann so aus Oh man, ich kann die Bäume hier nicht setzen So Mal gucken, ob wir es jetzt hier kriegen So So ist das glaube ich nicht schlecht Hier können wir gut Zuckerrotten anpflanzen Hier werde ich dann nochmal ein bisschen Den Zaun kleiner machen Ich weiß gar nicht, warum ich den dann noch reingezogen habe Ist ja ganz herzlich So Wo brauchen wir unseren Zaun Bevor die Kühe hier ausbrechen So Und dann werde ich hier auf jeden Fall alles angleichen Und dann passt das hier glaube ich Einigermaßen so als Schuppen Wird das glaube ich nicht schlecht aussehen Und dann gucken wir mal was das nächste Thema ist Und das ist Ich habe auf Gommel Premium Also ich habe mir jetzt auf Gommel Premium gekauft Weil Es echt entspannter ist mit Premium auf Gommel zu spielen Weil man Echt schnell an die Runden kommt Und es bringt auch mehr Spaß Einfach so schnell rein Und dann geht es los Deswegen habe ich mir überlegt Kaufe ich mir auch mal Premium Habe ich jetzt gemacht Und ja Deswegen habe ich jetzt seit Gestern Also Samstag habe ich Premium So Dann haben wir jetzt erstmal Einigermaßen angeglichen Das passt erstmal Ich möchte hier den Sand nicht überall oben haben Deswegen nehme ich den hier auch noch weg Einmal ein bisschen aufräumen Ist heute in der Folge angesagt Und Was ich auch unbedingt noch sagen muss Ist dass Wir ja bald Dena eingeholt haben Dena hat 15 Folgen gemacht Ich habe mir heute nochmal die letzte Folge angeguckt Und 15 Folgen So weit sind wir dann nicht mehr entfernt Also es ist langsam echt möglich Es ist im Bereich des Möglichen Dass wir Dena auf jeden Fall schlagen können Haben wir noch eine Schaufel Ne Nimm ich die restlichen mit der Hand weg Das sind nur vier Stück Und es ist im Bereich des Möglichen Dass wir ihn schlagen könnten Ich weiß jetzt überhaupt leider nicht Wie hoch Unsere Points gerade ungefähr sind Ich weiß auch nicht Ob man das irgendwo nachgucken kann Oder sowas Also falls man das irgendwie nachgucken kann Wie viele Punkte wir jetzt gerade haben Würde ich das richtig cool finden Wenn das jemand mal in die Kommentare schreiben würde Ich glaube das passt so vom Terraforming So sieht es auch erstmal ganz gut aus Würde ich richtig cool finden Auf jeden Fall Wenn das jemand in die Kommentare schreiben würde Und Ja Dann Das nächste Wäre Platak Genau Ich habe Ist das eine Hexe? Die da gerade untergeht Da war doch gerade eine Hexe Achso Ähm Ich sehe die jetzt auf jeden Fall nicht mehr egal Auf jeden Fall habe ich ja früher Ich weiß nicht ob sich daran vielleicht noch einige erinnern konnten Als ich vielleicht ungefähr um die tausend Abonnenten hatte Habe ich jeden Tag Ne gar nicht jeden Tag Einmal die Woche Ein Format rausgebracht Das hieß Klartag Da habe ich einfach so ein bisschen Drüber geredet Was in der Woche passiert ist Wie zum Beispiel jetzt Was ich hier heute mache Weil ich dabei Kann ich immer so schlecht spielen Deswegen brauche ich dafür eigentlich immer so ein eigenes Format Wo ich das ganze Zeug anspreche Weil ihr seht ja wie unproduktiv ich eigentlich bin Wenn ich so über diese ganzen Themen rede Und deswegen habe ich mir überlegt Mache ich vielleicht mal ein eigenes Format Und das Problem ist Ich finde Platak so ein bisschen doof Weil das so ein bisschen von Denas Tag abgeguckt ist Deswegen würde ich euch gerne mal fragen Was ihr da für Namen haben Äh Was ihr da für Namen habt Die ihr mir vorschlagen könntet Weil Ich finde Platak ist echt Das kommt so abgeguckt drüber Und deswegen möchte ich da irgendwas anderes machen Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben Was ihr da Für coole Namen hättet Und mein Mund ist heute echt Ziemlich trocken Es kommt auch Weil ich den ganzen Tag Schon für die Hausaufgaben Äh für die Hausaufgaben Weil ich schon für die Schule lernen Und sonst was Ich mache Hausaufgaben Für die Schule lernen Alles möglich ist heute dran Und Ja deswegen bin ich schon den ganzen Tag hier Am Arbeiten Am Arbeiten Hört sich so hart an Aber Naja so locker ist es auch gar nicht So Auf jeden Fall Würde ich das cool finden Wenn ihr mir mal Da irgendwie eure Vorschläge In die Kommentare schreibt Wie ihr gerne dieses Es ist kein Real-Life-Format Aber vielleicht Falls ich die 10.000 Abonnenten Irgendwann erreichen würde Würde es auf jeden Fall Zum Real-Life-Format Wechseln Also ich werde es jetzt Erstmal so machen Dass ich einfach Eine Audiospur im Hintergrund leg Und davor Irgendein Gameplay leg Und ich glaube So ist das erstmal ganz interessant Und Ja Das wär's dann nämlich Erstmal mit den Themen Ich hab mir ja auch Die DNA-Folge angeguckt Wie ich euch bereits gesagt habe Ich baue mir einfach nochmal ab Weil ich sonst nichts zu tun habe So die Kühl kommt ja sowieso Jetzt nicht raus Und Ich weiß nicht Ob wir ihn jetzt schon überholt haben So das könnte sogar sein Wir haben natürlich wenig gefahren Und das ganze Zeug Deswegen bin ich mir da nicht so sicher Aber es könnte sogar sein Dass wir ihn schon überholt haben Ich weiß es halt nicht Oh ne Das wollte ich ja nicht abreißen Oh ne So nehmen wir das einmal wieder rein Wir brauchen nämlich dringend noch ein Brot Bevor wir die Folge beenden So ich kann die Folge heute auch nicht so lang machen Wie ihr vielleicht schon merkt Aber ich glaub Wir kriegen ja heute kein Brot mehr raus So wir kriegen ja nicht mehr Nicht mal ein Sampling raus Äh zieht Frechheit ist das So da haben wir zwei Seeds Perfekt in einem Brot Perfekt da konnte es nicht laufen Also der war echt perfekt Haben wir das Zuckerrohr hier angepflanzt Oder war das schon von Anfang an Falls wir es angepflanzt haben Können wir es einfach Mal hier nochmal anpflanzen Das ist nämlich gar keine schlechte Idee Hier mit dem Zuckerrohr Und ja dann essen wir jetzt das Brot nochmal Gehen schnell nach Hause Hoffen dass wir Vielleicht auch bald Uns von den Kühnen ernähren können Das wäre uns auf jeden Fall nicht schlecht Wir haben heute natürlich nichts geschafft In der Folge Aber es kommt weil ich ein bisschen Über Themen reden musste Und ich heute den ganzen Tag beschäftigt War denn Kann auch noch dazu Ich hab meinen PC angemacht Wollte den schnell hier auch nochmal machen Ich hab ja Ne den PC hab ich gar nicht angemacht Sondern ich hab Minecraft gestartet Ich hatte den PC schon den ganzen Tag an Weil ich da halt mit gelernt hab und so Und dann hab ich meinen PC angemacht Und was passiert Ich hab meinen PC nicht angemacht Wie komm ich immer auf PC angemacht Sondern ich hab Minecraft gestartet Und was passiert Mein ganzer PC freest einfach Und ich muss alles neu starten Genau dann wenn man wenig Zeit hat Passiert natürlich sowas Aber naja Ich hoffe euch hat die Folge trotzdem gefallen Gefallen genau Ich wollte gerade eben gucken Ist das das richtige Wort gefallen Ja Und Sie war richtig extrem verpeilt Ich hoffe die nächste Folge wird auf jeden Fall wieder besser Weil die War echt verpeilt Und ja Dann Wer ist es eigentlich mit der Folge gewesen Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja lasst ein Like da Und vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao